dort kriegt die vollen Macke beklubbt wirst du mal auf Tomy du Penner hol mal so arm äh ne warte ich weiß wie du arm bekomm ja nicht zu mal reagieren ja was alter was machst du du für ne scheiße so kommt man mehr so arm aus ja hab ich gesehen ja ich hab hier bekommen und da wir sowieso warten müssen auch alles das kennen wir jetzt auch ein blöser Paar das sind viele ja jetzt machst du es auch abkoker copywarsch wenn du meinst Tomy alles wird fast eingeschubst auch ein Handy oder was war das gerade ein Handy nicht meins meins auch nicht also Bastis ich hab keine Ahnung wo das geholt er wurde das Lied und auch kein Schimmer ein nur Bastis wird eigentlich sehr Musik oder nach kurzem Wasser auf nein bist du blöd an den Scherz wäre wäre jetzt die antwort ja okay warte hätte ich mir sorgen gemacht das eis war ein witz heute wieso wieso nur so ja aber hättest du noch mehr machen können ganz ehrlich da kann ich oder hebe eis essen im let's play eis gefressen nee nee ich hab mit dem display ne ich höre nicht weiter ne ich höre nicht ne ich höre nicht kleine kinder versteht mich wie man lernt oder der ja ich bin gerade noch beim bauen der erntemaschine weiter beziehungsweise die beinen die saart fertig machen eigentlich auch aber ich habe einen schaden erzahlen er 44 mussten wir hier holen ja boden bei valerien der brotbüchse okay und jeder der diese folge nicht gesehen hast schaut sie euch an und feigst euch ab ist die folge schon geworden ja heute ist die 30 folge erschienen das ist ein spezial nein spezial kommt erst ab der 50 was machen wir überhaupt erzähl mal mit einer runde spreef zocken der hunde bloß oh ja man ich höre ich kaputt dazu brauche ich mal rum also ich brauche noch genau 5 ich habe fünf rote blumen geht das toll wieder krass hast er günder gisela ich habe ich scheiße link das soll ich das so nachmachen machen bitte da war ich auch gekommen da war ich dich wieder zu doll sein halbes leben und wir sagen habe ich dabei also ich werde mir helfen wir sagen bekommt wir haben es nicht alle tage sondern auch wenn du gestorben bist ich hatte den aim von den loops im besseren aim als ich ja schwer schaffbar aber wieder da und wir haben gerade mit sich gelästert und wie war es tolles gefühl ohne es braucht mir doch sechs abend ich habe die ich habe noch ein aber erst ein tipp die spinne hier runter coming ja ok ach jetzt reden wir englisch damit die das perlern nicht verstehen ok wir sind fertig mit dem sehen achtung zum bieten basti und jetzt alle kennen würde ich sagen das ist ein trieber krieg was mehr scheiß in karl machen um er geht ja genau die flitsch er war eine andere Maschine kaputt gemacht wirklich nö ich kann sagen er hat sich kaputt gemacht er kommt erst mal hier sind über spinnt dann tu was dagegen aber jetzt schon nicht wer hat das eisen mitgenommen wenn ich ich hab's bei mir wollte jetzt gerade in lava schwimmen gehen also ich dachte nämlich noch alles mit was ich dankeschön sonst kriegst du mir ein Notfall hier die Haufen auch okay hier arbeiten los erst mal pennen gehen wir gar nicht so lieb böse Montag ja gleich so fast die kommt zu kennen doch ich kann es ist ja bloß eine halbe stufe hoch hier oben mit dem bett genau dort ausführst so weiter geht's erst mal wie viele Spinnen hier sind der Blumen in der Hand und der Blumen nach der NM und der Stuhl es gibt ein einige Dinge die spüren was wir erwähnen jetzt mal nichts Tommi und dieses jetzt wurde mein Blitz bestört wo haben wir gebaut ich schwimme mal eine Weile oder auch fast was die hat das vorher schon nie das kaputt gemacht trotz ja und dann musst du in den normal ja der creeper Standort überpasst die nicht weg gemacht hat da musst du vielleicht mal aufpassen Tommi was das bin ich bin ich gelmut da bin ich jetzt tot wieso unter wasser geht auch um zu schreiben ganz ruhig mal schwimmen okay das schwimme ich jetzt mal halt ich stehe ich bin Jack Norris ich stehe auf wasser wohoo der ging außerdem anders Tommi egal nein das ist cooler was zur Hölle ist das dieses komische Viereck im Boden creeper klar minecraft mein kopf ist Viereck ich habe es kaum zu glauben nein ich meine diese vier Löcher im Boden vier Blöcklöcher vier Blöck vier Blocklöcher das nennt man Eingrabung noch mehr Fragen aber wer hat die da hingemacht wer war so dämlich das nennt man Monster nein das war nicht Monster das kann können keine Monster gewesen sein das kann kein Enderman gewesen sein die können sowas nicht doch können aber interessiert nein die können sowas nicht ihr wisst was ich mein du bist hoher ja das meine ich damit nicht aber stimmt auch schon warum hast du jetzt geliebt ich stelle auf dem Boden wieder ah ich beobachte mich da von oben das sieht lustig aus au 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 sehen wir es mal realistisch wenn ich die richtige Richtung gehe habe ich ne 300 Prozent 360 Prozent die Chance als ich euch erwische mit halben Stufen gemacht ja ne ich hab dann was korrigiert und dann ich war halt etwas doch kacke rein auf k das war dann ist das bei dir nicht mach es auch nicht her ich hab den Glasfall direkt ich hab den Cave gefunden das ist schon mal gut ja ich muss nur euch finden wo ist der Bus genau wo ist der Bus das was ich habe ich habe ich habe das alles was ich habe das was ich habe linken wenn du bist so ein homo alter genau das schickten den link geilen link du möchtest nicht wissen welcher ich denke an die kinder das war mal der reden ja ja weil er die schwarze erstmals rein heute mal auf jetzt zu sehen die bodo ist auch noch voll ich glaube aber auch wenn er an die wohnung wenn wir nicht immer an der frei ist die wohnung der welt überleicht die kann ich dafür dass du so ist mir ist und wer es war tommy er gar nicht das war die erste gering nicht ich kann es der nicht mal kommen aus noch ein nur ich bin nicht so wie du stellen und dann beim mitglied und warten dass ich jemanden schreibt als zurückschreiten kann damit das mit der Schwänzer durchschnittlich Basti's Taktik verraten. Sorry, Basti. Äh, Valerian. Passiert. Jetzt macht Tommy mit. Dönerblitz. Ali, Dönerblitz. Ali, Dönerblitz. Achmed. Dönerblitz. Setz deinen Dürum-Tackle ein. Dürum-Tackle. Oh, Creeper explodiert, ey. Was sind denn das für Schweine? Du kommst denn jetzt rein? Sonst kotzt er wieder. Oh Mann, wie der Tod. Das Spiel ist scheiße. Pass die, spiel mir irgendwas anderes. Ja, okay. Und das mit der Galleinsatzplay, was? Okay, tschüss. Ich hab Bock auf Wanket, Alter. Du auch, Basti? Ja. Du bist Nup. Nein, ich hab's keinen Bock mal auf diese hässlichen Teams. Stimmt's Mittag. Du musst jetzt einfach nur Ja sagen, wir haben... Ja, klar. Hätte ich jetzt sowieso gesagt. Ich stehe vor, wenn Tobi keine spielen hat. Hahahaha. Hahahaha. Du wirst blitzt. Ich kann besseres Spiel als diese Auge. Von daher ruhig. Sagt Valeri. Hä? Was hat denn zum Valeri? Das geht gar nicht zu suchen. Kick Valeri, so kommt jemand. Hau den Döner ab. Schade. Ich hab keine Rechte zum Klicken. Wieso? Ja. Ah, sonst hätte ich Valeri nicht zu geschickt. Wie, ist Valeri online? Nein. Schade. Mach ich aber... Valeri ist doch gar nicht mehr online jetzt. Ich hätt gern mit ihnen... Dein PC zu schlecht für Skype ist. Ich hätt gern... Wenn er woanders ist. Er muss jetzt nur die letzten Tage nutzen. Ich hätt... Äh, Valeri, wenn du es verstehst, zeig mir bitte, wie lange du gebraucht hast. Acht Stunden? So wenig? Hat das irgendwas mit der...